Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin gerade von der Schule gekommen. Wir haben es jetzt, Moment, genau dreiviertel drei und ja, da mein Fahrrad ja leider nicht mehr ganz funktioniert, muss ich heute meine Strecken zu Fuß ablaufen und ich schätze, das werde ich auch gleich machen, dann gehe ich ein bisschen durchs Dorf mit der Kamera natürlich und ja, wie gesagt, da werde ich euch mitnehmen und mal gucken, was wir denn so anstellen. Leute, ich freue mich auf jeden Fall schon richtig dolle auf bald, wenn ich meine Canon EOS-IMOTE verkauft habe, dann hole ich ja mein ganzes Equipment, also meine neue Hardware für mein Notebook und mein neues Mikrofon für meine jetzige Kamera und zwar heißt das Mikrofon Sony ECM, was heißt ich, das hat auf jeden Fall Oskar auch, das ist ein richtig gutes Mikro, wurde mir empfohlen von Paul Vorig Program und das hole ich mir auf jeden Fall, freut mich auf jeden Fall mega. Okay Leute, wir sind jetzt hier gerade draußen unterwegs, Nick, das war auch noch gerade hier und ihn verfolgen wir jetzt. Der ist jetzt nämlich kurz nach Hause und wir verfolgen ihn jetzt. Wo ist der, wo ist der? Ist der Feuerhoch lang? Warte, dein Gewissverstecken. Wollt ihr ihn denn erschrecken oder was? Nein, der kommt auch hier vorbei ran, da rum ist der, da rum ist der. Oh, der hast du nicht gesehen, geil. Komm, was willst du denn filmen? Wenn ich den filmen, wie er hier runter ins Blitz kommt, dann filmen wir ihn wieder da hinrennen. Ey, gute Idee. Der sieht uns eh bestimmt. Okay, lass mich jetzt erst mal verstecken, schnell. Niklas reinwerfen. Nein. Zwei. Drei. Okay. Los, komm Bengel. Weiter. Kommt noch. Okay. Hier liegen immer Bierpullen im Wasser. Da, da ist einer, da ist einer. Ne, da sind zwei Bierpullen, die schwimmen da. Leute, Leute. Geiles Zoll. Okay, los. Los, 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 los. Los, komm. Da hinten rennt er. Scheiße, hoffentlich sieht er uns nicht. Tobias, wir können, wir können, wir können. Komm, komm, komm. 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 Das wird jetzt richtig lustig. Das wird jetzt lustig. Leute, das wird jetzt übergeil. Vor allem, Gott sei Dank hat er mich nicht gesehen. Eigentlich hätte man mich richtig gut sehen können. Oh, Gott sei Dank, ey. Der rennt jetzt da hinten und wundert sich, wo wir sind. Wir kommen jetzt hier mal. Wie geil. Niklas. Kommt zum Teich. Auf der anderen Straßenseite. Das wird lustig. Scheiße, das hat nicht so ganz gut geklappt. Wir wollten ihn eigentlich damit ansprühen, aber er hat es gesehen. Scheiße. Alter, wir hatten, wir haben uns da jetzt hier wirklich versteckt. Ja, Mann. Geil. Und zur Feier des Tages werden wir die Flasche jetzt gegen den Stein schmettern. Da fährt einer. Ja, moin. Mann, du kannst ja gar nichts. Der ist krass. Oh, 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 shit, oh, shit, oh, shit. Hahahaha. Warte, das filme ich. Okay, das war gut. Shit, Alter. Krass. Zeig mir doch. Das war's wieder mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir anhand einer positiven Bewertung. Der Prank hat heute sehr gut funktioniert. Also es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal und ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017